Hallo, hallo, hallo. Hier ist wieder ein neuer Sportvlog. Heute wieder aus meinem Keller. Heute werde ich mich hier unten wieder ein bisschen quälen. Mal gucken, so 30, 40 Minuten. Dann habe ich genug Übungen gemacht und komme ordentlich ins Schwitzen. Aber seht selbst nach dem Intro. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. So, das war mein heutiges Workout. Was macht denn der Medizinball? Mein heutiges Workout. Workout. Ohne Reden wäre es besser. Aber es geht ja nicht. Also, mein heutiges Workout. Ich bin kaputt. 40 Minuten sind gut. Boxen. Ein bisschen ein paar Übungen gemacht. Mit Medizinball. Und Salz springen. Und so einen Käse. Und so einen Käse. Also super. Reicht mir für heute. Und ich freue mich aufs nächste Mal. Und ich freue mich aufs nächste Mal. Runter vom Sofa. Auch Sport machen. Ja. Also, ich will was sehen. Cheerio mit Sophie. Bis zum nächsten Sportvlog. Bis zum nächsten Sportvlog. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.